gut einmal das einmal das und das ja das war jetzt hier ein richtig guter Fund hier oder nicht? wo ist das? Spinnis und der hier noch einen da oben am abchillen hier hat wohl keinen Bock alles klar ja sehr schön hoffentlich keine Falle sehr schön da ist das Ding muss ich eigentlich da rein plumpsen weiter geht's ja warte mal guck mal hier ein Bonfire nein öffnen sie nicht von dieser Seite vielleicht von hier dann oder was kommt ja da hinten dann rein hm ist das ist überhaupt nicht Ruhe? ne äh steht denn da? Schützenposition hm Faros so wie komme ich jetzt denn da am besten rein ja hier war ja so an sich nichts da war ja nur die Schützenposition hier war das genau genau die Truhe hm aber sieht da auch nichts außer da oben vielleicht ein Loch oder sowas keine ahne kriegt mich auf jeden Fall gerade alles nichts hä wie komme ich hier dann wieder raus? hm 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 also irgendwo muss ich hier wieder rauskommen sowohl ist klar jetzt hier irgendwas übersehen hm 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 ah wo geht's hier ahh alles klar ups sorry schnell abgefallen gut so jetzt sind wir wieder hier also hier waren ja jede menge spinne kennst die mich ja dann getötet haben wahrscheinlich die hier oder vielleicht die hier man weiß es nicht eine fackel okay cool keine ahnung welche spinnen das jetzt da waren aber anscheinend kommen wir keine mehr ich habe mich an nieder so 6 Das sieht doch dann nicht gleich direkt ein Bossheit aus aus, oder? Nee, eher nicht. Aber Spinnen. Wer hätte es gedacht? So, noch welche? Oder war es das? Ja. Gefällt mir. Crap. So, was haben wir hier? Nix. Verschlossen. Nehmen wir einfach mal den Recht Nebel. Wurde eh der falsche sein. Ach ja, geil. So, ballern wir den einfach mal zu mit hier irgendwelchem Zeug. So. Scheiß Typ. Alles klar. Einmal Knochen. Boah. Ja, jetzt habe ich wenigstens wieder drei. So, was ist hier? Aha. So. Wie ich das dann liebe, wenn du auf einmal dann hier die Wand triffst. Au. Könnte er mich denn noch treffen? So. Äh. 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 Äh, war ja klar? So. So, kleb, kleb, kleb. Kommt doch bestimmt runter, oder? Ja. Fackel, ganz wichtig. Noch Fahrers, nein. Ist das doch ein Boss-Nabel, oder was? Ja, muss ja nicht. Okay. 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 Let's go. Okay. So. Man da, man da, man da, man, 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 man. Fackel. alles bezieht sich auf da unten alles klar schimmer der dem stein noch mal eine und noch mal zwei da ist das ding muss auch noch runter oder wird chillt gut ich weiß ich bin so kurz ja was weit mal ein paar spiele ja ist ja nicht so dass ich nur ein essluss verkaufe und das wort da drin gewaltig eng glaube ich ja das werde ich mal kurz gesagt wahrscheinlich vergessen können rost ohne was gerade sagen wir würden hier noch eine wer ein ist das flakker wirst probier es trotzdem mal gucken ob hier irgendwann ist wo ich hier zufälligerweise irgendwie mir das auch helfen kann apropos so gibt es hier ein Ich dachte hier gab es einen. Jetzt hat sich die Frage wo der ist. Dämmerungskraut. Das ist meins. Ach da hinten. Doch nicht. Ne. Muss ich da hoch. Weil irgendwo müsste sie eingeben. So beschwören. Hä? 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 Hm. Oder auch nicht oder was? Ne. Scheiße. Mit einem einzigen. Zauber habe ich auch fast keine mehr. Uhhh. So ist das leer. Na toll. Das kann ja was werden. Hä? Ja. Ne. Ja. Bringt ja nichts. Ne. Dann machen wir jetzt einfach mal. Was machen wir denn da? Das. Fahren wir mal mit. Ne. Das haben wir ja auch nicht mehr. Äh. Scheiße. Ne. Ne. Das haben wir noch. Gut. Dann machen wir das mit das. Gehen wir halt mal abkacken. Ah. Fuck. Bei mir geht ihm nicht. Ja. Genau deswegen nicht. Haha. Spinniken. Ja. Äh. Hä? Gut. Also ich esse mir das scheint jetzt ja gerade wieder nicht so richtig zu jucken. Ja. Hallo. Hm. Oh shit. Au. Nein. Haha. Dieses kleine Drecksvieh. Schmeißt die mich da voll in den Strahl rein. Na. Irgendwie. Nö. Aber jetzt habe ich wenigstens meine Zauber wieder. So. Moment. Was heißt jetzt da der klügste Weg nochmal? Oh. Falsche Richtung. Der nicht. War das hier unten? Nee. Weiter hier oben. Ne. Doch nicht. Hier. Da. Welches heißt es mal theopraktisch? Ups. Ne. Das ist falsch. Wie bin ich da letztes Mal gelaufen? Oh nein. Ne. 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 Ach, hier, ne? Ne, da bin ich auch da. Hä? Verdammt. Da kam es auch irgendwo einen schnelleren Weg, glaube ich. Na, guck mal. Seht ihr einen Schwesternritter aus? Subi. Äh, ja. Äh, ne, ich glaube, das wird heute nichts mehr. Da würde ich eben, ich glaube, mal meinen, war hier an dieser Stelle Schluss für heute. Und beim nächsten Mal geht es auch weiter hier gegen diese tolle Spinne kennen. Und, ja, guck mal, bei, ne? Bis dahin wünsche ich euch was. Hatte die Ohren steif. Servus und ciao.